Jeder Tanzschritt ist wie ein Kapitel aus einem Buch, das von den Emotionen des Lebens erzählt. Bei der Dance-Session der Tanzschule Traumtänzer werden diese Kapitel lebendig und die Zuschauer können in die fesselnden Geschichten von Freude, Schmerz, Liebe und Hoffnung eintauchen. Die Kids sind auch super, super aufgeregt auch, die freuen sich einfach und die Erwachsenen, dem Publikum das zu zeigen, weil ja so viel Arbeit dahinter steckt und das ist die Belohnung. So versammelt die Creative Moves Academy Tänzer aller Altersgruppen. Von den kleinsten Anfängern bis zu den erfahrenen Veteranen. Wenn ich hier auf die Welt komme und denke, ich fühle den Beat, dann kann ich auch sofort mit 0 Jahren anfangen zu tanzen. Und wenn ich das mit 70, mit 99 noch fühle, dann sollte mir das nicht verboten werden. Besonders dominieren die Kids und Jugendlichen die Bühne mit ihren beeindruckenden Moves im Hip-Hop und Breakdance. Mit einer Mischung aus Anmut und Kraft präsentieren sie ihre Choreografien, die von urbaner Kultur und persönlicher Ausdrucksfreiheit geprägt sind. Einige von den Kindern kenne ich schon vom letzten Mal und die sind alle total begabt, begeistert. Von energiegeladenen Beats begleitet faszinieren sie das Publikum mit ihrer Dynamik für den Tanzsport, während sie die Grenzen des Möglichen im Rhythmus ihrer Musik erkunden. Man freut sich am Ende auf den Applaus und das Tanzen, weil es macht einfach Spaß und die Tanzgruppe, mit der man tanzt, unterstützt einen auch. Die Dance-Session der Tanzschule Traumtanzer ist weit mehr als nur eine einfache Vorführung. Sie ist ein mitreißendes Spektakel, das die Grenzen des Alters sprengt und die Einzigartigkeit eines jeden Tänzers feiert. Taucht ein in diese pulsierende Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist, sein Feuer für die Kunst des Tanzes zu entfachen.